Jo, herzlich willkommen. Servus Leute zu meinem neuen Vlog aus Barbados. Heute mit dem Thema, wie wichtig ist Online-Marketing für Unternehmen bzw. für dich als Unternehmer. Ich habe neun Fakten zusammengetragen, die dir aufzeigen, wie unverzichtbar heute Online-Marketing für jeden Unternehmer ist. Egal in welcher Branche oder Nische. Und ich fange mal an mit den neun Fakten. Ich lese die hier mal runter, habe die zusammen recherchiert. Mega interessant. Erstens, ja, es gibt zwei Millionen Google Suchanfragen pro Sekunde. Zweitens, täglich eine Million neue Twitter-Accounts gibt es. Pro Sekunde mehr als 100.000 Tweets werden gepostet. Drittens, pro Minute 216.000 Bilder auf Instagram hochgeladen plus 500 neue User pro Minute. Viertens, 56% der Firmen nutzen Social Media bei der Mitarbeitersuche. Auch das ein interessanter Wert. Fünftens, LinkedIn, also das internationale Pendant zu Xing, ist mit 161 Millionen Nutzern in über 200 Städten weltweit vertreten. Sechstens, der durchschnittliche Internet-User verbringt täglich circa 15 Minuten auf YouTube. Deswegen ist YouTube Video-Marketing sowas von wichtig. Und deswegen betreibe ich das auch so intensiv. Pro Tag gibt es 4 Millionen neue Videos auf YouTube, die abgerufen werden. Und pro Sekunde werden 48 Stunden Videomaterial hochgeladen. Und es ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt hinter Google. Und ist natürlich mit Google verknüpft. Deswegen ist die Kombination aus Suchmaschinenoptimierung so wichtig zwischen Google und YouTube. Also wenn du eine SEO-Strategie fährst, dann immer Google, YouTube, logischerweise auch. Dann sind wir bei siebtens. Pro Sekunde werden mehr als 700.000 Beiträge auf Facebook gepostet. Facebook hat mittlerweile über eine Milliarde aktive Nutzer. Das heißt, die, die regelmäßig was machen, nicht nur die hin und wieder mal was machen. Und fast so viele mobile Users. Deswegen wird das Smartphone-Business immer wichtiger. Über 6 Milliarden Menschen weltweit besitzen ein Handy. Das ist auch eine krasse Nummer. Und über 50% aller Deutschen haben ein Smartphone. Das heißt, du musst deine Webseiten und deine Landingpages, Verkaufsseiten immer mobilfähig aufbauen. Sonst wirst du keinen Traffic und keine Leads mehr generieren. Achtens. Ja, über 300.000 Euro Online-Umsatz pro Sekunde werden über Amazon, Otto und Zalando generiert. Unfassbar. Und mit einem vorausgesagten Wachstum von 8,6% jährlich soll das Ganze weiter wachsen. Neuntens und letztens. Knapp 80% der Internet-User tauschen sich über Produkte im Internet aus. 53% empfehlen Produkte via Twitter. 90% Vertrauen im Internet auf Produktempfehlungen und Rezensionen anderer Nutzer. 14% Vertrauen hat zum Beispiel im Vergleich die Online-Werbung. 40% aller Versicherungen werden zum Beispiel auch online abgeschlossen. Also sind alles interessante Fakten, wie wichtig Online-Marketing ist. Ich habe dir 9 Gründe aufgeführt, wo du auf jeden Fall mit dabei sein musst. Ist wie gesagt YouTube, Social Media, Google. Du musst dabei sein, wenn du als Internet-Unternehmer oder auch als Offline-Unternehmer dich präsentieren möchtest. Ganz wichtig, Online-Marketing muss mittlerweile wirklich jeder machen, wenn er weiter wettbewerbsfähig bleiben möchte. Ja, das mein Video hier aus dem wunderschönen Barbados von Pebbles Beach, Browns Beach in der Nähe von Bridgetown. Ich werde jetzt nochmal gleich ein paar Eindrücke vermitteln. Ansonsten wünsche ich euch einen super Tag noch. Alles Gute und viel Erfolg für euch als Online-Unternehmer bei eurem Online-Marketing. Also bis zum nächsten Video aus Barbados. Euer Christian Weckler. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.